Musik 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 Brauchst du noch irgendwelche Materialien? Spitzhacke? Ähm... Schwert... Ja, ein Schwert... Ja... Musik Oh, die Crew mich erschrocken Ah, guck aus Also... Sagen wir es mal so Sein Ernst? Sein Ernst? Ich muss mich jetzt bepunten so schnell Ui Ui Flakoren und was ist denn? Aber eigentlich doch also Darkwood Zapplings Beziehungsweise hier diesen Bigfoot Bigfoot Oh ja, den wollen wir nochmal unser Glück versuchen, ja Ja... Nicht der, sondern der hier Wart doch mal stehen, du, ich muss auch treffen Oh oh Und Schüß Och, fick doch deinen Mann, ey Ach, shit, ey, warte, 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 warte Ich bin schon jetzt Kann sich mal bitte check sehen Hätte vielleicht mal vorher was essen sollen oder so in der Richtung, ne? Wäre gar nicht mal so dumm gewesen Uh, hu So Weihnachten Wieder angelaufen kommen Ja, weil ich ihn angeguckt habe So mal wieder angelaufen kam, wie ein Kind, was ein Lolli gesehen hat Ich bin gleich tot Oh, oh Oh, oh, oh! Ich bin gleich tot Ich bin tot Oh, eine Ämmerpumale Ein Kaninchen! Ein Black Pearl! Juhu! Ein Kanünchen! Ein Kanünchen! Na aber zeig mal deine Kanüle! Waaaiiii Folgen Name, zeig mal deine Kanüle! Ich muss mal eine Bettpfanne wieder wechseln Blatt über Waaaiiii Waaaiii War das eine Schlucht? Nein Ja das ist eine Schlucht, aber auch nicht Uhuuu Das ist eine Schlucht, aber es ist auch nicht Ok Und dann gehen wir weiter Richtung Timmerl Oh ich soll das essen! Wo ist das Essen? Oh Gott das sind 3! Im Ernst Leute! Naja Hehehe Oh Leute geh weg! Ich bin eh gleich tot! Können wir stehen bleiben? Können wir stehen bleiben? Wir sind nur noch 3 Kwiegel die hinterherlopft Warte ich lock dich mal zu den Kwiegern Ja! Boah! Ja doch nicht geklappt! Ami na die geile Sau! Ich geh zu backen! Oh scheiß, oh fuck, ach bitte. Ops, ich hab mich gleichzeitig auch mit oben gejagt. Wo zum Fick bin ich eigentlich? Warte, warte mal, hallo. Kann ich vielleicht mal in der Bettina reinklatschen? Ich hab kein Bett. Doch, da hinten, hier. Achja, bei Dings, ne? Kommt der eigentlich auch mal wieder oder nicht so? Ich hab keine Ahnung, ich glaub der hat einfach keinen Bock mehr. Weil, als er ja auch seinen Minecraft-Server auslaufen lässt, keine Ahnung, was er trinkt hat. Mal diese konsequenten Kinder, ey. Wenn du das hörst, ne? Nimm dir das bitte zu Herzen. Nimm dir das bitte zu Herzen, oder was? Guck, ihr Händs habt in ihr. Dann, kann ich nur sagen tschüss. Warum bin ich jetzt wieder hier? Ich hab doch geschla... Ach ja, gut, lass mein Bett abgeben. Linkes Bett, danke. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn man jemanden im Schlaf killt? Ja, das wüsste ich auch nicht. Hui! Oh, hallo. Ich frag dir auf ne Tür, wer kommt hier zu wegen? Wenn egal, der Kondok Rezept hat. Wer hat der Kondok Rezept hat. Wer hat der Kondok Rezept hat. Oh, ich glaub, was wird irgendjemand nach Hause gekommen. Hä? Wo? Von mir. Ja, und? Kann's auch runter runter runter. Komm auch weiter. Aufnahme, Mann. Wüsste ich wäre, wenn man jetzt irgendwie in so ein Paralleluniversum wäre und hier wird wirklich irgendjemand, wie auch immer, bei mir noch auskommen und so, ja. Schön, dass du noch wach bist. Hier kommt grad irgendein Zeug in dein Zimmer, glaub ich. Was kommt denn dein Zimmer? Ein Flugzeug, ich hab das. Schön, das hat man dich gehört. Das ist ja schon mal was. Da, Alter. Da haben wir wahrscheinlich nur wieder so ne Scheiße Nüsse, die mich in mir sehen. Und warum sag ich immer mal Nüsse? Wollen wir uns vielleicht doch jetzt mal annehmen, wirklich mal in eine Richtung zu rennen, die wir an der Zeit? Die haben schon so oft versucht, das hat nie funktioniert. Ja, du musst ja immer irgendwie nach links, nach rechts und da ist ein geiler Sack und da ist ein geiler Sack, den muss ich noch einölen, den. Den. Den muss ich noch meine Eier zeigen, der muss noch von der anderen Seite meine Eier sehen. Der soll meine Boden mal von unten angucken. Das ist klar. Oh, das ist jetzt gar nicht schön. Ich finde das eigentlich, das ist in Ordnung. Schau, das ist rote Beete. Ja, toll, David. Das ist gut gemacht. Ich würde auch mal die Scheiße nehmen. Ich fühle mich eigentlich komplett dick. 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 Warum, warum hast du das gemacht? Ich verstehe das nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich muss mal mein Essen... Boah, was für die blöde Kackratze, ey. Ich muss mal mein Essen braten. Ich weiß, es ist gut. Ich geh bloß raus und schmeiß Knochen dorthin. Was ist das denn? Prokiziere das Fleisch frisch aus deinem Leib hier oder was? Ja. Kann man PvP eigentlich auch auf dem Server direkt anbauen? Ja, du kannst es nicht, aber lass mal mal deinen Lügen da ausüben. Sein Ding und aus, schade, nur da rein. Nur da rein. Oha, das ist ja noch so. Genau, dann bin ich halt. Dann bin ich mit meiner auf. Ich weiß nicht, wie langsam du bist. Ah, hör auf damit so langsam zu sein, ey. Zu laut zu zu sein, auch so laut zu zu sein, auch so laut zu zu sein. Da sind die Sensibility auf 286. Da geht doch schon viel besser, ne? Ich brauche seine Viewer und Sensibility PDP. Ach, den Lösen. Oh, das ist ein bisschen zu schnell. Oah, Sarah, wöde ey. Das ist Klo und MöCH! Ich hab noch eine Futter Garage, ach was war, dann war da eine Futter-Garage, dann wurde das Klo und Vorder-Garage! Ach ich hab noch eine Futter Garage, Hab gleich genug zu essen, die drei Dinger da durchziehen ohne Maus ist so langsam ich bringe die gleich um oh Gott geh weg mit deinem Blumen warum schmeißt du deine Kacke einfach eigentlich überall einfach immer hin ey immer nehm ich mir mit dir aus, sehr nervig da ist ein feinchen schmeißt du den Scheiß einfach immer hin ey nicht im Preis und halten ne ich hinterlasse halt meine Spuren im Leben ja Kackstreifen zum Beispiel auf meiner Couch wenn ich wissen wie es ist wenn ich demnächst ein Auto habe irgendwann wenn du deine Streifen immer hinterlässt ja was sag ich an meinem Schiff dann oh hör auf Alter die Leute denken wirklich ich hinterlasse irgendwo Kackspuren was meine Mutter hört ey die lacht ja meine meine ganze Sachen oh Dumbo ey ne was war das denn dann kommt dir da aus der Decke gefallen ne ne das war jetzt echt nicht schön ja guck mal ich bin nackt alter geht ja gar nicht Haus bock mal ich bin nackt alter geht ja gar nicht nackt alter geht ja gar nicht nackt alter geht ja gar nicht nackt der und ne die nicht mehr die Kälte da war so er hat man so bereit und so weiter und so erhält wenn er auf jeden Fall anwesend nicht nur ein wir haben so ab jetzt bitte ich dich ja bitte ich mich nicht mehr ausgemacht und Wenn wir das Spiel jetzt mal vor Zeit, die Zeit immer noch schwerer wird als Mauscheidreif. Bis zum nächsten Mal.